hallo ist der martin von meinem bank ist das die dax analyse für nun mittwoch den 9 26 2022 und unser rodeo weiter hier vom gestrigen tag hat nicht so das glück zuweisen irgendwie auf der verkehrt rumseite aufgehangen der kam ziemlich gut rein unser dax also muss sagen wir hatten ja gesagt wenn der jetzt hier wieder auf wir hatten darüber gesprochen dass es so abflach dass die bewegung so schön eingedreht ist dass er nicht langsam runter gekommen ist also hoch gekommen ist und dass er wenn er eben gut performt wenn er gut rein kommt dass es sich dann durchaus wieder hoch in die 360 und eben dann auch bis zu 400 machen kann auch 445 war durchaus eine option wir haben ja hier oben auch noch ein offenes geld bei 55 das wären alles mögliche ziele aber verweigert hier doch deutlicher und das verweigert vor allen dingen eben ein höheres hoch ne und das ist der punkt den wir gestern gesagt hatten dass er dass er den einfach bringen muss um einfach die bewegung wieder zu drehen um den abwärts trend zu beenden das war ganz 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 wichtig haben wir gestern wirklich darüber gesprochen dass das nötig wäre um hier einfach ein bewegungsbuch reinzukriegen weil wir ja gesagt haben wenn er nämlich das nicht macht und dann unten abhaut er halt einfach noch im aktiven abwärts trend ist und wenn er noch im aktiven abwärts trend ist und er macht nach tieferen hoch und das ist jetzt immer noch so tiefere tiefs wieder dann 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 rollt die ganze walze weiter und es ist nicht genug zum dienstag da jetzt drüber zu setzen also wirklich sehr punkt genau auf der 360 dann wieder kehrt gemacht ist aber eigentlich noch ein zwischenziel gewesen also das hat nicht gereicht vom bewegungs muster her könnte man jetzt allerdings auch also dass das ist so etwas eigentlich schöne flagge ja wenn man das so sieht könnte man sagen das war jetzt hier eine erste impulswelle nach oben eine erholungswelle daraufhin hat er jetzt ein kleines abc gemacht sind auch auffällig gleich lang die beiden bewegungsabschnitte nach unten und würde er jetzt zum mittwoch noch einmal probieren das ich weiß der hat es jetzt zum montag gemacht er hat zum dienstag gemacht aber sagt ja nicht dass das auch nicht zum mittwoch machen kann aber wenn es zum mittwoch noch mal schmiert er noch mal probiert und noch mal versucht hier den bereich zu halten und sich wieder hoch zu drücken dann kann er durchaus auch wieder bis in die 360 reinlaufen ich würde an eurer stelle wenn man sagen und man geht erst in den mittwoch rein weil er gut rein startet würde ich aber den teilverkauf dann teilverkauf eher schon ziehen weil wenn das dabei bleibt dass die den immer wieder auf einem tieferen hoch wegdrücken dann wird das jetzt zum mittwoch dann so eine 320 an der dann abschmiert oder er kommt dann halt wirklich durch und rennt dann aber auch direkt bis 445 das heißt es wäre jetzt vom trading prinzip her nicht clever wenn man sagt okay man geht jetzt hier keine ahnung der performt gut rein der startet hier über die 200 rüber man geht dann lang und will auf die 360 traden das könnte sein dass der dann einem kurz vor der nase weg fliert weil wir ja diese fallenden tiefs einfach drin haben also das erwarte ich auf der oberseite ich denke nicht dass die 360 jetzt noch mal Relevanz hat am mittwoch könnte mir gut vorstellen dass er wieder hochdreht dann wäre das eine abc gewesen dann würde jetzt die nächste bewegungswelle ansetzen aber dann muss er da durch gerade durch gerade durch die 360 durch ran an 400 445 das wäre egal aber das wichtigste ist erstmal zu verteidigen und zwar den channel oder die abc zu verteidigen haut sie nämlich zu doll jetzt hier aus der verankerung und der gleitet uns weiter ab bricht auch unter der 13 100 noch weg dann geht es noch mal auf eine 13 60 13 60 ist noch mal ein kleiner support aber alles da drunter ist eigentlich verlorenes land halt na also dann hat er wieder seine tieferen hochs drinnen dann kriegt er hier ein tieferes tief schon alleine hier rein das hat er zwar jetzt sogar schon aber würde mehr bedeutung kriegen wenn er dann auch aus den möglichen channel hier raus bricht wird an der flacke das heißt unter 13 100 nimmt der druck nach unten zu 13 60 ist noch mal eine unterstützung fällt aber auch die nach unten dann kann er im prinzip auch schon wieder auf 12.800 gehen ja 12.850 12.800 das wären die nächsten bewegungsziele sollte er sogar schwächer reinkommen am mittwoch ja das empfiehlt halt die bullische substanz hier einfach drinnen diese bewegung war ja schön und gut aber das reicht so einfach nicht um hier eine drehung zu machen das heißt in dem moment wo er jetzt nicht nach oben liefern kann läuft einfach gefahr dass die investoren unzufrieden mit ihm sind mit der performance mit dem erhöhten risiko und sich von weiteren positionen trennen weitere absicherungsgeschäfte vornehmen und den markt dann einfach noch weiter runter drückt und noch mehr belastet ja und dann dreht man wieder über 12.800 und dreht man wieder über 12.600 und tiefere ziele ja wenn er sich nicht zum mittwoch hier jetzt in dem bereich gefangen kriegt dann sollte da wirklich muss er eigentlich auf der stelle stehen bleiben und sich wieder nach oben drehen halt also 13 60 wäre für mich noch so der puffer wo ich sage ja gut dann holt die halt noch und wieder hoch aber alles was tiefer geht also da hätte ich keinen bock auf long muss ich so sagen ja weil das da passt das umfeld einfach nicht ja dann holt er sich nämlich hier noch ein neues tief ja seht ihr den aber positiv rein starten hütet euch davor dann wieder zum mittwoch zu sagen naja ist jetzt montag dienstag an der 360 abgeprallt wird auch jetzt wieder wird er schön runter hat baller ich mal tolle dagegen dann bläst du nämlich richtig durch jetzt hier also wenn er da noch mal rankommt entweder dreht sich bei 320 300 richtig runter oder er rammelt gerade nach oben durch ja das wäre so meine erwartungsleitung für den mittwoch hoffe ihr könnt was damit anfangen würde es damit hier auch dann beenden zu machen wünsche euch viel erfolg zum mittwoch und dann hören wir uns morgen wieder bis dahin tschüss